Die Milka-Kuh ist gar nicht lila, die ist nur eingefärbt und wurde nicht mal von Milka selbst erfunden und sollte eigentlich geschlachtet werden. Aber dann gab es einen riesen Backlash und sie wurde nicht geschlachtet. Und dann hat sie Arthrose bekommen und wurde geschlachtet. Anyway, geklaut! Erstmals eine Lila-Kuh hat nämlich die Böhme Schokoladen GmbH schon 1936 gehabt. Bei denen ist die Lila-Kuh als Erkennungsmerkmal, aber nach dem Zweiten Weltkrieg einfach verschwunden. Und für Milka ist die Kuh dann erst 1952 Lila geworden. Ohne Ankündigung, ohne Erklärung. Lila. Einfach geklaut. Die Prinzen hatten recht. Alles nur geklaut.